die selber oder irgendwann werden die mir erzählt von daher nicht ganz so nahe ist hauptsache wir können uns hier was kaufen die haben ja absolut dasselbe an an produktion abgesehen von ein paar kleinigkeiten was ja und jetzt sport royal gesehen und was mache ich dann damit ich habe noch nicht mal was zu verkaufen man ist das dreckig endlich einmal was der was verkaufen will stehen die da immer will ich nicht will ich nicht gebe euch nichts ab schon unglaublich jetzt muss ich mal aufs klo nachdem ich getrunken habe verdammt ich auch ich auch ich auch ich ich auch ich gut zwischendurch auch pirat was 112 ok 112 und 112 und 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 mit ja so in der theorie wäre es jetzt so volle besatzung max out Na gut, das ist auch, mein Kapitän hat noch kaum Kampferfahrung. Der Plan wäre jetzt eigentlich auf ein Kriegsschiff zu warten. Ne, der will mich intercepten. Okay. Der hat also persönlich was gegen mich. Okay, das Problem ist, ich habe jetzt, ne, ne, ist gerade kein Kriegsschiff und manchmal ist es ja so. Da tauchen dann Kriegsschiffe auf, machen den schon mal ein bisschen rund. Und ich kann dann die Reste aufwischen. Aber das scheint jetzt nicht hier unbedingt der Fall zu sein. Was dann doch schade ist. Was dann doch Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mir jetzt zu doof. Save Game. Save, Override, Resume Game. Fuck yeah. Automated Manual. Sie haben mehr Leute, sie haben mehr Kanonen. Sie haben ein Begleitschiff. Ah, wow, wow, wow. Oh, wir haben normale Kanonenkugeln. Sie haben etwas verloren. Komm schon. Interception. Wir können etwas hervorrufen. Ah. Wie kriege ich die dazu zu entern? Oh, da, entern. Oh, du musst an den dranbleiben, zum Entern. Okay. Das Schiff war sowieso ziemlich... Hatte ich nicht klar gesagt, du sollst entern? Wir haben jemanden verloren. Bereit zum Entern? Okay, also es ist immer das, was ich ausgewählt habe, kann ich entscheiden, was ich mit mache. Das Problem ist, dass ich selbst nicht mehr entern kann. Oh, ich glaube, mein Schiff hat überlebt. Mein Schiff hat überlebt. Das ist interessant. Shit, 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 shit. So viel zum Entern. Hmm. 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 Ich würde das eigentlich dann doch schon mal gerne noch mal neu starten, eigentlich. Oh, ich habe sie kurz verloren, oder was? What the heck? Ah, ich muss sie berühren. Oh, das habe ich gewonnen. Was? Nein, habe ich nicht. Oh. Hm. Okay, wird behaupten... Noch nicht stark genug dafür. Ernsthaft? Die Piraten sind nur hinter mir her. Wo sehe ich überhaupt den Wind? Ready for boarding! Hm. Wir können etwas abholen. So. Man über die Piraten! Wie kann ich denn feuern? Wie kann ich denn? 104. Und dann versuche ich die mal zu entern. Müssten wir diesmal gewinnen. Gut, wir gewinnen. 100 und 3. Eigentlich nicht mein Plan. Ah, ich muss die anklicken. Okay. Korn added. Oh, der dropped something. Oh, ich kann Leute aufsammeln. Willkommen aufsammeln. Wir haben etwas verloren. Ja, das war auch der... Sailor Added, wunderbar. Ah, kriege ich aber immer noch. Du hast noch 69. Das haben wir. Was? Versenkt? Oh, shit. Hm, ich bin vollkommen okay damit. Und ein... What? Okay. 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 Man, you are cunnish. Ah, das tut weh. Oh, Friendly Fire, das ist natürlich nicht gut. Hmm. Hmmmm... Entern, wir sind mehr. Ah, ein Schiff haben wir verloren. Sind das noch Leute oder sind das Tote? Sieht aus, als wären das Tote. Ich weiß nur, das Problem ist, ich weiß nicht, wo der Wind herkommt. Wir sind bereit! Sie haben etwas verlassen! Komm schon! Yes, yes! Sie haben etwas verloren! Wenn ich nur mal zu denen aufschließen könnte! Ah, willkommen aufbord! Damn! Oh, jetzt habe ich sie. Okay. Ich bin viel zu weit nach außen gekurvt. Sie haben etwas verloren! Was? Wir haben jemanden verloren! Wir haben jemanden verloren! Sie haben etwas verloren! Sie haben etwas verloren! Oh, das Problem ist, jetzt wirst du hier hoch so schnell! Und du kannst nicht... Du kannst nichts steuern! Nichts! Boarding! Einzige Möglichkeit, für uns jetzt die... Einzige Möglichkeit, das zu überlegen... Überleben! Oh! Das blöde Ding ist schneller! Oh man! Oh man! Wir haben etwas verloren! Sie haben etwas verloren! 40 und naja. Wieso? Mann, kann ich die nicht angreifen? Ich hasse es, dieses System. Wieso kann ich nicht steuern, wie schnell die sind? Wieso fahren die immer Full Speed? Entern, aber ich komme nie im Leben, ohne anzuhalten. Ohne gar nichts. Ohne anhalten komme ich nie im Leben. Ich habe keine Kontrolle. Keine. Ah, verfluchte Axt. Ich habe keinerlei Kontrolle über dieses verfluchte Schiff. Ich habe keine... Kontrolle. Immerhin habe ich eine Galeone daraus bekommen. Aber ich habe keinerlei Kontrolle über diese Schiffe. Dieses System ist... ...absolut... ...scheiße. Du kannst nicht schneller, du kannst nicht langsamer. Gar nichts. Gar nichts kannst du machen. Ich meine, dass du ein 3 gegen 3 hast. Okay, ja. Das... Meinetwegen, ja. 3 gegen 3. Das kann man so machen. Aber dass die die Befehle nicht... Dass die den Enter-Befehl nicht befolgen. Und dass nur du entern kannst. Ähm. Ne. Das ist... Das ist unglaublich. Ich habe... ...dass du die Befehle nicht erhöht, dass du deine Popularität sogar weiter erhöht hast. Hier ist meine eigene... ...dass du die Befehle nicht erhöht. 24.000. Scheiße. Scheiße. Okay. Okay. Oh shit. Die kriegen mich fast. Die kriegen mich fast. Okay. Was habe ich denn dabei? Ich habe Rum dabei. Damit kann ich ein gutes Stück bezahlen. Klamotten. Na. Damit sollte ich ihn jetzt genug haben, um mich zu reparieren. Was ist jetzt in Cayman schon wieder los? Weiser Cayman. Fehlen immer noch Leute und Betten. Was ist jetzt nicht richtig in Cayman. Recession. Na gut, aber mein Schiff müsste... Ah, mein Schiff ist auf dem Weg. Das hat nur... ...wahrscheinlich die Rohstoffe ein bisschen verpeilt. Okay. Hey. Hm. Oh nein. Ich kann ja hier nochmal handeln. In der Zwischenzeit sollten die ja... ...eventuell wieder was hergestellt haben. Hm. Hm. Hm, Hm, Hm. Teil brauche ich, das Werkzeug kann ich mitnehmen, Zigarren kann ich mitnehmen.